Wir blicken zurück auf 150 Jahre Firmen- und Familiengeschichte. 150 Jahre Huber. Von der Kupferschmiede zum Weltmarktführer. Eine Berchinger Erfolgsgeschichte. Als Johann Huber im Jahr 1872 die Kupferschmiede seines Schwiegervaters übernimmt, stellt diese hauptsächlich Kessel für Brauereien und Brennereien her. Produziert wird in Berching in der Kupferschmiedgasse. Vier Gesellen bilden die Mitarbeiterschaft. 1908 übernimmt der Sohn Hans Huber das Geschäft. In dieser Zeit liegt auch der Übergang von der Verarbeitung von Kupfer zur Verarbeitung von Stahl. In den nächsten knapp 60 Jahren übernehmen zwei weitere Generationen Huber in herausfordernden Zeiten die Verantwortung für die Firma und etablieren unter anderem die Betriebszweige des Wasserleitungsbaus sowie die Herstellung von Schweißteilen als Zulieferer für die Industrie. 1969 übernehmen die Brüder Hans und Karl-Josef Huber das Geschäft ihres Vaters Josef. Mittlerweile ist Huber an einen neuen Produktionsstandort in der Maria-Hilf-Straße gezogen. Die Produktionsfläche beträgt 2000 Quadratmeter. Ständig wird auch hier schon angebaut und erweitert. Damit beginnt auch die Phase der Überführung der Firma vom Zulieferer zum Anbieter eigener Produkte. 1983 beschäftigt Huber 106 Mitarbeitende und baut erste Rechen für die Abwasserreinigung, die vollständig aus Edelstahl sind. Damals eine absolute Innovation. 1985 legt eine erste nach Österreich verkaufte Rotomatmaschine den Grundstein dafür, dass Huber zu einem weltweit operierenden Unternehmen werden kann. Und Huber wächst und wächst und wächst und zieht 1993 mit der Produktion an einen neuen Standort, den Industriepark Erersbach bei Berching. Hier entsteht eine Fertigungsfläche von 18.000 Quadratmetern. Die Mitarbeitenden freuen sich über mehr Platz und neue Produktionshallen. Der Export von Maschinen nimmt zu. Es werden europaweit mehrere Tochterunternehmen gegründet. Schon 1987 werden Lizenzverträge zur Fertigung von Huber-Maschinen in den USA geschlossen. Die Beziehungen und Freundschaften rund um den Globus wachsen. Gleichzeitig wächst auch die Huber-Familie. 1997 beschäftigt Huber 360 Mitarbeitende. Mit Beginn des neuen Jahrtausends geht es weiter bergauf. Die Verwaltung zieht nun auch nach Erersbach. Diverse Erweiterungen und Anbauten folgen. 2004 produziert Huber die 15.000. Maschine. Im Jahr 2009 gibt es weltweit 850 Huber-Mitarbeitende. 2010 verabschieden sich Hans und Karl-Josef Huber aus dem operativen Geschäft und übergeben an den neuen Vorstand. Überraschend scheiden die Brüder Huber in den Jahren 2014 und 2016 aus dem Leben. Ihre Kinder Georg Huber als Vorstandsvorsitzender und seine Cousine Johanna Rong als Mitglied des Aufsichtsrats führen das Unternehmen weiter. Damit bleibt Huber auch in der sechsten Generation ein Familienunternehmen. Und Huber wächst weiter. In Berching, aber auch in den USA und in China, wo 2019 und 2020 jeweils Huber-Werke eröffnet werden. 2021 feiert die Huber-Schachtabdeckung 50-jähriges Jubiläum. Eines der Produkte, die den Erfolg von Huber geebnet haben. Und auch alle anderen Huber-Gesellschaften wachsen weiter. Im Jahr 2022 besteht Huber aus 26 Tochterunternehmen und 1300 Mitarbeitenden weltweit. Und die schreiben weiter tatkräftig mit an unserer nun schon 150 Jahre andauernden Geschichte. 150 Jahre Huber. 150 Jahre Tradition, Innovation und Fortschritt. 1969 haben mein Vater Hans und mein Onkel Karl-Josef Huber, Johannas Vater, zusammen das Unternehmen gegründet. Mit Pioniergeist, Zielstrebigkeit und Beständigkeit haben sie das Unternehmen auf den Weg des Erfolgs gebracht. Heute, nach 50 Jahren, stehen wir als sechste Generation an ihrer Stelle. Georg übernahm im Jahr 2010 die Funktion als Vorstandsvorsitzender und ich übernehme seit 2016 Verantwortung als Mitglied des Aufsichtsrats. Die nächste Generation Huber. Unser Auftrag, damals wie heute, den Menschen rund um die Welt mit unseren Produkten und Lösungen ein besseres und nachhaltigeres Leben mit sauberem Wasser zu ermöglichen. Damals, heute und in Zukunft. Das ist auch nach 150 Jahren unser Auftrag. Von Anfang an bis heute als Familienunternehmen in Bärchen, in der Region verwurzelt und ihren Menschen verbunden. Von einer Kupferschmiede zum globalen Weltmarktführer in der Wasserbranche. Darauf sind wir stolz.